Mein Freund Emre rief an mit leisem Ton, sagte er geht nix Telefon, auch geht nix mehr Internet, kannst du helfen Amit. Und ich geh in die Kelle, wo die Kasten ist, aber Scheißidee ist abgeschließt, hol ich schnell Schrauben, zieh herauf und mach ich die Kasten auf. Egal ob du hast O2 oder Vodafone, vielleicht auch du bist Kunde bei die Deutsche Telekom, ganz egal, jedes Netz schließe ich an, korrekt auch bei Elis. Bei uns in der Türkei, alles anders ist, mit einem Draht an Kabel, du bist super angeschließt, keiner merkt, wenn du nix bezahlst, auch nix bei Elis. Du willst gucken, coole Pay-TV, aber hast du nix Geld, für bezahlen so viel. Rufst du mich auf meine Hotelein an, schließe ich die Kode an. Willst du gehen unterwegs, auch mal im Internet, aber ohne bezahlen, Rechnung richtig fett. Rufst du mich auf meine Hotelein an, schließe ich die Kasten auf. Rufst du mich auf meine Hotelein an, bezahlen, rechnung richtig fett. Egal ob du hast O2 oder Vodafone, vielleicht auch du bist Kunde bei die Deutsche Telekom, ganz egal, jedes Netz schließe ich an, korrekt auch bei Elis. Bei uns in der Türkei, alles anders ist, mit einem Draht an Kabel, du bist super angeschließt, keiner merkt, wenn du nix bezahlst, auch nix bei Elis. Wenn du hast kein Geld auf deine Prepaid-Card, und du denkst, keine Kohle, die Leben ist hart, geb ich dir eine, das geht schon mal, das ist fast original. Egal was du brauchst, Amit alles kann, auch wenn ist was geheim, Amit kommt überall ran. Hab ich eine Großlage hier, machst Lucky Lucky bei mir. Egal ob du hast O2 oder Vodafone, vielleicht auch du bist Kunde bei die Deutsche Telekom, ganz egal, jedes Netz schließe ich an, korrekt auch bei Elis. Bei uns in der Türkei, alles anders ist, mit einem Draht an Kabel, du bist super angeschließt, keiner merkt, wenn du nix bezahlst, auch nix bei Elis. Keine Mäck, wenn du nix bezahlst, auch nix bei Elis.